Talent ist vielseitig. In meiner Freizeit bin ich Cheerleaderin. Und bei Hettjens arbeite ich mit Hightech. Pferde sind meine Passion. Aber ich liebe auch den Umgang mit Menschen. Ich mag es gerne schnell, aber auch sicher. Routine darf nicht zur Nachlässigkeit führen. Es muss alles perfekt sein. Die richtige Temperatur, die richtige Mischung. Darauf kommt es an. Und das sehe ich beruflich genauso. Akkurate Arbeiten ist schon wichtig, aber auch der Spaß daran. Und so ziehen hier alle gerne an einem Strang. Dentalabor Hettjens. Uns vereint die Leidenschaft zur Perfektion. Jeder Auftrag ist anders. Herausforderungen sind unser Antrieb. Das Ziel ist die Lösung. Erfolgreich verfolgen wir unser Motto. Nicht diskutieren, machen. Hettjens ist Ihr Partner und Partner einer einzigartigen Initiative. Über die Kompedent stehen wir in ständigem Wissensaustausch mit fast 30 Großlaboren deutschlandweit. Zum Vorteil unserer Kunden. Groß genug für die schnelle Erledigung Ihrer Anforderungen. Und doch ein überschaubarer Familienbetrieb. Und das in zweiter Generation. Dentalabor Hettjens. So individuell und vielseitig wie unsere Mitarbeiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017